Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video beim Solong zu Finas Kleid. Heute geht es endlich ans Eingemachte und wir beginnen mit dem Zuschnitt. Und in dem Video heute zeige ich dir, welche Schnittteile du für welche Variante von Kleid benötigst und genau wie ich beim Zuschneiden vorgehe und was so meine Tipps und Tricks sind. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Als allererstes solltest du dich für eine Ausschnitt Tiefe entscheiden. Im Schnitt sind zwei Tiefen enthalten und ja ich bin immer so ein Liebhaber der Tiefenvariante. Das liegt aber darin, dass mein Brustbein wohl einfach ein bisschen länger ist. Genau, als nächstes steht die Wahl der Kragenvariante an. Also mit oder ohne Stehkragen. Und der, wenn du mit dem Stehkragen nähen möchtest, dann brauchst du einmal den Beleg vom Ausschnitt vorn und dann dieses Kragenteil. Die andere Variante von Finas Kleid ist die ohne Kragen. Und die sieht so aus, auch hübsch. Dazu brauchst du diese zwei Schnittteile. Einmal dieses hier, das versäubert das V vorne und dann eben die Seite, die am Vorderteil dran ist. Und dieses kleine Stückchen, das wird dann im Bruch zugeschnitten und das ist der Beleg für das Rückenteil. Genau, also diese zwei brauchst du, wenn du das Ganze ohne Kragen nähen möchtest. Die Belege und auch der Stehkragen, die werden ja mit Einlage verstärkt. Da achte bitte darauf, dass du auch die passende Einlage zu deinem Stoff auswählst. Und ich mache es immer so, dass ich das Ganze ohne Nahtzugabe zuschneide. Und hier siehst du, da ist jetzt auch mal, an mein letztes Video denkend, das Kopierpapier in Rot. Das macht sich jetzt zum Beispiel super für diese helle Einlage. Genau, also die Einlage kommt unten drauf, dann da oben drüber das Kopierpapier mit der Farbe natürlich nach unten. Und dann kommt das Schnittteil, was du kopieren möchtest, eben oben drauf. In dem Fall ist das hier der Stehkragen. Und die Einlage, die ist im Bruch, hochgelegt. Und nun umfährst du einfach das Schnittteil mit dem Rädchen und kopierst es eben direkt auf die Einlage drauf. Wie gesagt, ich schneide mir das auch immer ohne Nahtzugabe aus, denn dann hat das nachher genau die richtige Größe zum Vernähen und die Nahtzugabe wird dann beim Nähen auch nicht zu dick. Da die Klebeseite von der Einlage manchmal so ein bisschen flutschig ist, sichere ich mir das immer sehr, sehr gerne mit Sicherheitsnadeln. Genau, dann kann das nicht verrutschen beim Ausschneiden und ja, passt eben nachher auch und sieht schön gleichmäßig aus. Genau, da ist er. Und ja, hier nochmal zur Kontrolle. Das Schnittteil drauflegen, es hat die gleiche Größe und das hat eben nachher den Vorteil, dass du die Nahtzugabe wirklich nur mit dem Stoff hast, auf dem die Einlage aufgebügelt ist und das macht eben eine schöne dünne Naht. Genauso funktioniert das auch bei dem Beleg vorne für das V. Nur, das ist eben das Besondere hierbei, du schneidest den nur außenlang zu. Also nicht das Innenstückchen mit ausschneiden, sondern nur das Außenstück. Genau. Das sieht man hier eben auch nochmal ganz gut. Da ist die Bügeleinlage und die lege ich jetzt auch auf den Stoff rauf, schneide mir den Stoff dann eben mit der passenden Nahtzugabe dazu. Genau, also hier bitte auch ruhig nachmessen, wenn man sich da nicht so sicher fühlt. Ich habe das jetzt hier freihand gemacht, aber da bitte mit der Nahtzugabe ausschneiden und das innere V im Ausschnitt noch drin lassen. Das ist wirklich wichtig. Aufgebügelt wird die Einlage natürlich nicht auf die Vorderseite des Stoffes, sondern auf die Rückseite, also hinten auf die linke Seite. Und das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt zeige ich dir einfach mal kurz nochmal genau, warum ich immer die Bügeleinlage kleiner zuschneide. Es ist ja so, dass die Nahtzugabe jetzt zum Beispiel am Beleg eben nach innen umgeklappt wird. Und hier hast du eben jetzt durch die Bügeleinlage so eine richtig schöne scharfe Kante, an der man schön lang bügeln kann. Und das sieht eben später dann auch richtig gut aus und ist eben richtig schön gleichmäßig. Weiter geht es mit den Ärmeln. Und die Ärmel kannst du in der Länge zuschneiden, wie du sie haben möchtest. Du hast ja die lange Ärmelvariante im Schnitt mit dabei und wie gesagt, kürzt die gerne in der Länge, wie du sie haben möchtest oder gerne tragen magst. Wichtig dabei ist, dass du die Seiten gleich lang hast. Also dass du da an dem Bereich die gleiche Länge hast, damit eben nachher das auch passt von der Länge. Und nun gibt es verschiedene Varianten. Die einfachste Variante ist, dass du den Ärmel in deiner Wunschlänge zuschneidest, unten den Randabschluss versäuberst, das Ganze einmal nach innen umschlägst und festnähst. Dann musst du den Ärmel mit einfacher Nahtzugabe zuschneiden. Wenn du das besonders schön haben möchtest, dann kannst du das Ganze auch zweimal umschlagen und festnähen. Dann brauchst du natürlich die doppelte Nahtzugabe, weil du ja die versäumte Kante auch zweimal umschlägst. Und besonders schön sieht das Ganze auch aus, wenn man unten nach dem Abschluss Schrägband rummacht. Und dann musst du den Ärmel unten ohne Nahtzugabe zuschneiden. Und das besonders schöne daran ist eben auch, dass man natürlich fertiges Schrägband nehmen kann oder man kann sich Schrägband aus dem passenden Stoff eben auch selber bauen. Und das kann man auch ganz einfach mit so einem Schrägbandformer machen. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Wenn nicht, erkläre ich das gerne nochmal. Dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Aber ja, das ist halt eine schöne, saubere Variante. Das Schnittmuster enthält auch eine Manschette und die sieht natürlich auch ganz toll aus. Und wenn du den Ärmelabschluss mit dieser Manschette nähen möchtest, dann musst du ihn unten mit einfacher Nahtzugabe zuschneiden. Bei ganz weich fallenden Stoffen sieht auch der Ärmelabschluss mit Gummizug richtig schön aus. Also da schneidest du erstmal den Ärmel in deiner Länge zu und dann gibst du eben so viel Zugabe unten ran, dass dein Gummi nach dem Umklappen noch gut reinpasst. Das hängt wirklich immer davon ab, was dir lieber ist von der Gummibreite. Ja, und wie du es dann gerne vom Tragen her magst. Klar, Taschen brauchst du auch noch. Und da schneidest du die Taschenbeutel eben zweimal gegengleich zu. Das Ganze natürlich mit Nahtzugabe. Und jetzt kommt mein Geheimtipp für alle Blusen und Kleider. Das ist die französische Naht. Die sieht bei Webware wirklich toll aus und zaubert dir richtig schön versäuberte Nähte. Und das ist eigentlich perfekt für zum Beispiel die Seitennähte, immer dann, wenn du keine Taschen, also keine von diesen Nahttaschen mit einfügst. Du legst dafür die Schnittteile, zum Beispiel das Vorder- und das Rückenteil, nicht wie gewohnt rechts auf rechts aufeinander, sondern links auf links aufeinander und nähst das Ganze zusammen. Ich habe das extra mal mit dem Kontrastgarn gemacht, damit das auch gut zu erkennen ist. Jetzt ist die komplette erste Nahtzugabe weggenäht und die schneidest du jetzt auch zurück auf ungefähr 2 bis 3 Millimeter. Eben so weit, dass sich die Naht nachher nicht lösen kann. So sieht das Ganze dann aus. Und nun nimmst du die Schnittteile und faltest das genau an der Kante alles rechts auf rechts. Im Normalfall sollte jetzt natürlich die Kante schön ausgebügelt werden. Und jetzt fühlst du da auch diese restlichen 2 bis 3 Millimeter, die da innen überstehen. Genau, wenn die Kante schön gebügelt ist, dann legst du jetzt wieder alles unter die Nähmaschine und nähst jetzt wieder einmal dort entlang und nähst den Stoff jetzt rechts auf rechts zusammen. Das heißt, du hast jetzt hier wieder eine Nahtzugabe abgenäht, was wiederum bedeutet, dass alle Nähte, die du mit einer französischen Naht nähen möchtest, mit einer doppelten Nahtzugabe zugeschnitten werden müssen. In der Regel sind das 2 Zentimeter, weil man ja an der normalen Nähmaschine meistens, also in der Regel, mit einem Zentimeter Nahtzugabe normalerweise näht. Und nun siehst du hier auch richtig schön, dass eben die Naht nicht nur von außen schön aussieht, okay, das ist normal, aber eben hier auch von innen, weil die eigentliche Nahtzugabe versteckt ist. Und du kannst das Stück jetzt so stehen lassen, aber eigentlich, wenn man es dann so richtig hübsch machen möchte, dann näht man dieses Stück Stoff, also die eingenähte Nahtzugabe, jetzt einfach nochmal am Stoff fest. Und das kannst du mit dem normalen Nähfuß machen, aber ich nehme dazu immer gerne meinen Blindstichfuß, das gibt doch einen Schmalkantfuß, also ist immer noch von Maschine zu Maschine unterschiedlich, aber du wirst bestimmt einen Fuß in deiner Maschine haben, der unten eben so eine Kante hat und dadurch, dass ich bei mir eben die Nadel verstellen kann, kann ich die Kante jetzt schön reinsetzen in die Naht, verstelle mir die Nadel nach links in dem Fall und nähe jetzt einmal lang und nähe eben hinten diese eingeschlossene, schön versäuberte Nahtzugabe fest. Und das ist wirklich eine richtig schöne Geschichte, die sieht sauber aus und sehr hochwertig und ist eben gerade schön an so Seitennähten, ja, wenn man eben auch Bluse oder Kleid von innen schön haben möchte. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und du fühlst dich jetzt sicher, was den Zuschnitt betrifft. Vielleicht hast du ja auch noch gar keine Entscheidung für eine Variante getroffen und weißt jetzt, welche Variante von Finas Kleid du für dich nähen möchtest. Genau, wenn du noch Fragen hast, dann, ja, stell die bitte in den Kommentaren oder du kannst mir auch gerne eine Mail an suvolong-at-finas-ideen.com schreiben. Ja, und das war's dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017